Herzlich Willkommen bei NBOSS TV zu unserer letzten Zusammenfassung der E3. Es geht natürlich um die Highlights der Sony Pressekonferenz. Jedoch muss man dazu sagen, dass vor der eigentlichen Pressekonferenz bereits einige neue Titel in der Vorberichterstattung angekündigt wurden, die nicht uninteressant sind. Hier will ich auch kurz darauf eingehen. Es wurde zum Beispiel Playlink angekündigt. Unter diesem Label soll es in Zukunft Games geben, die man in Verbindung mit der PS4, einem TV und dem Smartphone spielen kann. Perfekt für Spieleabende mit Freunden oder der Familie. Es geht hier zum Beispiel um allerhand kreativen Blödsinn, Kartenspiele oder ein Spiel namens Hidden Agenda. Hier kann man mit bis zu 5 Spielern spielen und bekommt geheime Aufgaben zugeteilt, die die anderen Spieler nicht sehen. Jeder kann dann für seinen Charakter bestimmte Entscheidungen treffen. Der Rest ist quasi ein Film. Es ist von den Machern von Until Dawn und hat optisch auch sehr viel davon. Ein wirklich spannendes Konzept. Außerdem wurden neue Szenen zur Insane Trilogie von Crash Bandicoot, Metafall von den Machern von Razogun, Everybody's Golf für die PS4, Gran Turismo Sports, verschiedenen VR Titeln, Undertale für PS4, Ni No Kuni 2 und Nackt 2 gezeigt. Zusätzlich gab es sogar noch die Ankündigung von Tropico 5 von Kalypso und dem deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment. Das alles einfach mal vor der eigentlichen Show. Aber dann ging es auch schon los und jetzt wurde es spannend. Die Show wurde direkt wieder sehr spektakulär begonnen mit einem Live-Orchester wie im letzten Jahr und orientalischen Klängen. Das war natürlich passend zur Standalone Uncharted 4 Erweiterung The Lost Legacy. Die gezeigten Szenen machten direkt wieder Lust darauf. Das wird ein fantastisches neues Abenteuer mit Chloe Fraser aus den Vorgängern und Nadine Ross aus dem vierten Teil. Alle Uncharted-Fans dürfen sich also freuen. Jetzt ging es direkt weiter mit Days Gone. Endlich gab es neues Material dazu und das sah meiner Meinung nach schon wesentlich vielversprechender aus als letztes Jahr noch. Spurensuche wird wohl ein Teil des Gameplays und Interaktionen mit Menschen werden wohl eine mindestens genauso große Rolle spielen wie mit Zombies. Unterschiedliche Herangehensweisen an die aktuellen Aufgaben scheinen das Gameplay abwechslungsreich zu gestalten. Die Gegner einfach mal nicht selbst erledigen, sondern Zombies auf menschliche Gegner jagen. Sieht schon spaßig aus. Und es gibt Zombie-Tiere. Das ist doch mal was. Ich hoffe nur, dass die Story spannend wird und einen mitreißen kann, wie man es von zum Beispiel The Walking Dead gewohnt ist. Da bin ich noch sehr skeptisch. Ein offizielles Release-Tatung gibt es leider auch noch nicht. Es ging weiter mit einer ganz spannenden Ankündigung. Zwar kein Exklusiv-Titel, aber ein Titel, der schon lange den Weg auf keine Sony-Konsole mehr gefunden hat. Das nächste Monster Hunter mit dem schlichten Untertitel World sieht fantastisch aus und alle Monster Hunter-Fans hat es aus den Stühlen gehauen. Allzu lange müssen wir auch nicht mehr warten. Es gibt nämlich auch direkt einen Release-Zeitraum und zwar Anfang 2018. Jetzt kam wieder ein Exklusiv-Titel. Ein Spiel, welches man schon kennt, jetzt aber erneut für die PS4 erscheint. Es wird aber kein Remaster, es wird ein komplett überarbeitetes Remake. Die Rede ist von Shadow of the Colossus, eines der großartigsten und bemerkenswertesten Spiele aller Zeiten und es sieht unfassbar gut aus. Ich freue mich sehr, aber wir werden noch etwas warten müssen. Irgendwann 2018 wird es erscheinen. Danach ging es weiter mit Marvel vs. Capcom Infinite. Und der Trailer macht schon mal ordentlich Lust. Der Vorgänger war so lala und hat nicht allzu viel Aufmerksamkeit bekommen. Mal schauen, was hiermit passiert. Dann kam wieder ein typischer E3-Trick. Die Demo zur ersten Story-Mission konnte man nämlich direkt aus dem Playstation-Store ziehen. Was meint ihr, freut ihr euch darauf? Rocket aus Guardians of the Galaxy, der sich Ebony & Ivory von Dante aus Devil May Cry leidt, ist natürlich schon ein Highlight. Natürlich durfte auch das neue Call of Duty auf der Playstation-Konferenz nicht fehlen. Activision macht, was Exclusive-Inhalte angeht, ja seit dem letzten Jahr gemeinsame Sache mit Sony und das nicht nur bei Call of Duty. Lange mussten Fans warten, dass es endlich mal wieder weg vom ausgelutschten Zukunftssetting geht. World War 2 sieht auf jeden Fall wieder erfrischend aus und der Trailer war typisch für Call of Duty ziemlich spektakulär. Nun ging es weiter mit einem größeren Virtual-Reality-Blog zur Playstation VR und die erste Ankündigung hat mir fast Tränen in die Augen getrieben. Ich liebe Skyrim und kann es einfach immer wieder spielen und jetzt kommt es auch noch für die Playstation VR raus. Es wird ein Fest. Als nächstes kam ein Titel, der auf den ersten Blick nicht wirklich erkennen hat lassen, warum man hierfür eine VR-Brille benötigt. Immerhin ist es kein First-Person-Game. Die Rede ist von Star Child, welches in einer neonbunten Sci-Fi-Welt angesiedelt ist. Es ist ein Jump'n'Run-Game, es soll 2018 noch kommen und sieht absolut toll aus. Ob jedoch eine VR-Brille hier wirklich Sinn macht, muss man aber noch sehen. The Impatient war der nächste VR-Titel, der gezeigt wurde. Ein waschechtes First-Person-Horror-Game und das sieht doch perfekt aus für VR. Auf den ersten Blick schön psycho und bedrückend. Ich freue mich und ihr so? Auch der VR-Modus von Final Fantasy XV wurde weiter ausgebaut. Es dreht sich bei der Erweiterung Monster of the Deep alles um das beliebte Angel-Feature und ab September diesen Jahres geht es damit schon los. Wie lange es Spaß macht, kleine bis übertrieben große Fische im VR-Modus aus Teichen und Seen zu ziehen, wird sich allerdings noch zeigen. Es ging weiter mit einem VR-Shooter, der anscheinend rein für VR entwickelt wurde. Bravo Team nennt sich das Ganze und wirkt schon sehr nach einem Counter-Strike. Nicht wirklich sehr hübsch anzusehen, aber wahrscheinlich sehr kompetitiv und auf Team-E-Sports-Gameplay ausgelegt. Das hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen, aber wie das mit VR ist, das muss man selber spielen, um sich eine Meinung bilden zu können. Nun kam das nächste Spiel, warum ich nicht verstehe, warum es für VR sinnvoll ist. Ein süßes und sehr buntes Action-Adventure mit einer süßen kleinen Schwertkämpfer-Maus als Protagonist, die sich gegen kleine bis ziemlich große Gegner durchkämpfen muss. Moss nennt sich das Spiel. Sieht ansprechend aus, was meint ihr? Und versteht ihr den Sinn hinter VR bei solchen Spielen? Das war's mit dem VR-Blog und nun ging es mit den richtigen Blockbustern weiter. God of War durfte natürlich nicht fehlen und die ganze Welt wartete szenensüchtig auf neues Gameplay nach dem letzten Jahr. Und was soll ich sagen, meine Fresse sieht das wahnsinnig gut aus. Und die Charaktere und Synchronisationen, die gezeigt wurden, waren beispiellos. Ich freue mich so sehr darauf. Schaut euch den gesamten Trailer an. Es lohnt sich. Und allzu lange müssen wir nicht mehr warten. Anfang 2018 ist es soweit. Ich bin schon unglaublich heiß drauf. Ein Highlight jagte das nächste. Es ging weiter mit dem neuen Hit von Crantic Dreams. Detroit Become Human zeigte weitere Charaktere und die Gesichtsanimationen und Story begeistern immer noch. Es wird wieder darauf ankommen, Entscheidungen zu treffen, die heftige Konsequenzen nach sich ziehen, wie schon bei Beyond oder Heavy Rain. Gänsehaut ist wieder garantiert und das Setting ist fantastisch. Ich will es spielen. Jetzt. Leider gibt es immer noch kein Release-Datum. Nun schlug mein Fanherz so richtig hoch. Als riesiger Destiny-Fan habe ich natürlich nur auf neues Material zu Destiny 2 gewartet. Und weiter wurde wer auf eine episch inszenierte Story gelegt. Genau das, was im ersten Teil zumindest zu Beginn noch gefehlt hat. Am 6. September geht es wieder in die Schlacht, liebe Hüter, und das wird mich wieder schöne tausend Stunden meines Lebens kosten. Aber ich bereue nichts. Zum Schluss hatte ich eigentlich noch neues Material zu The Last of Us 2 erwartet. Allerdings meldete sich einen Tag später Naughty Dog dazu und sagte richtig, dass sich alles um Uncharted The Lost Legacy drehen soll. Man wollte sich nicht selbst die Schau stehlen und das ist eigentlich sehr gut nachvollziehbar. Ich bin mir aber sicher, es gibt dazu noch etwas auf der diesjährigen Playstation Experience kurz vor Weihnachten zu sehen. Den Abschluss machte allerdings das neue Playstation-exklusive Spider-Man Game und das hatten nach dem letzten Jahr ja noch nicht so viele auf dem Schirm, würde ich sagen. Das kommt nach wie vor von Insomniac, den Entwicklern, hinter den Spielen wie Sunset Overdrive, Ratchet & Clank und der Resistance-Serie. Den Jungs kann man somit vertrauen, dass sie etwas Ordentliches entwickeln und Spider-Man für die PS4 sieht aus wie ein großartig inszenierter Marvel-Film. Das nenne ich mal einen Lizenztitel. Der Humor passt, die Inszenierung passt, die Grafik ist überwältigend und das Gameplay sieht flott und spaßig aus, jedoch extrem schnell. Ob das dann auch alles so funktionieren wird, wird man sehen, aber ich bin guter Dinge. 2018 kommt es raus und ich freue mich schon sehr darauf. Dass Spider-Man das Abschluss-Highlight wird, hätte ich nicht gedacht, aber es hat es auf jeden Fall verdient. Insgesamt fanden viele die Sony-Konferenz schwach bzw. hätten sich mehr erhofft. Das kann ich nachvollziehen, liegt aber auch daran, dass im letzten Jahr die Hütte abgefackelt wurde. Da haben sie es einfach mit neuen Ankündigungen wie God of War, The Last of Us 2 und so weiter übertrieben. Dass diese Titel noch eine Weile in der Entwicklung sein werden und daher recycelt wurden, dieses Jahr, ist klar. Trotzdem bin ich gerade von diesen ganzen Exklusivtiteln begeistert, die man bei Microsoft vergeblich sucht. Aber klar, eine neue und exklusive IP hätte noch gefehlt, um das Ganze absolut rund zu machen. Das war es mit den ganzen Pressekonferenzen der E3 und ich hoffe, euch haben die Zusammenfassungen gefallen. Ubisoft ist für mich der klare Gewinner dieses Jahr, oder was meint ihr? Aber insgesamt wurde wieder mehr Großartiges angekündigt, als ich in den nächsten Jahren spielen kann. Es warten wieder zwei tolle Gamer-Jahre auf uns. Vielen Dank, dass ihr uns wieder über die E3 bekleidet habt, bei den Streams dabei wart und die Videos geschaut habt. Danke an alle, die unsere Videos liken, egal ob auf YouTube oder in den sozialen Netzwerken. Wegen euch machen wir das und das hilft uns sehr. Mal schauen, wie es weitergeht und jetzt freuen wir uns schon auf die Gamescom. Macht es gut, habt noch ein schönes Wochenende und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.